Hallo an alle! Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Der Umgang mit militärischem Gerät, Schiffen und Waffen ist eine verantwortungsvolle und nicht einfache Aufgabe. Das Militär hat dies lange Zeit trainiert. Denn mangelnde Professionalität oder ein versehentlicher Fehler kann in diesem Fall sehr teuer werden. Allerdings geht es nicht ohne Zwischenfälle und unangenehme Situationen ab, vor denen niemand gefeit ist. Heute zeigen wir dir die zwölf mit der Kamera eingefangenen Militärpannen. Naiguata Ein Küstenpatrouillenboot der venezualischen Marine ist in der Karibik gesunken, nachdem es ein Kreuzfahrtschiff gerammt hatte, das es zur Richtungsänderung aufgefordert hatte. Die Eigentümer der unter portugiesischer Flagge fahrenden RCGS Resolute sagen, das Marineschiff Naiguata habe ebenfalls Schüsse in einem Akt der Aggression in internationalen Gewässern abgegeben. Was die Marine nicht bedacht hat, ist, dass die Resolute ein eisverstärktes Schiff ist mit einem großen und sehr soliden bauchigen Bug. Bei der Berührung mit der Naiguata hinterließ dieser Bug wahrscheinlich einen großen Riss unterhalb der Wasserlinie, wodurch das Schiff sank. Es wurden keine Verletzten gemeldet und die Resolute erlitt geringen Schaden. Der Ölteppich erschien am Morgen nach dem Sinken der Naiguata. Er befindet sich außerhalb der venezualischen Hoheitsgewässer mehr als zwölf Seemeilen. Eine deutsche Fregatte der Sachsenklasse zur Luftabwehr wurde bei einem Zwischenfall mit Raketenbeschuss vor der norwegischen Küste beschädigt. Eine SM-2-Rakete verfing sich irgendwie mit ihrer Abschussvorrichtung und die daraus resultierenden Raketenabgase verursachten schwere Schäden am Bug des Schiffes. Das Feuer war innerhalb von Sekunden größtenteils gelöscht, aber der Schaden war groß. Zwei Besatzungsmitglieder erlitten bei dem Vorfall leichte Verbrennungen. Es ist unbekannt, warum die Rakete im Silo stecken blieb, anstatt in den Himmel zu springen. Jede SM-2-Rakete ist etwa 15 Fuß lang und wiegt mehr als 1500 Pfund. So schlimm der Vorfall auch aussieht, er hätte viel schlimmer sein können. Die Explosion und das Feuer hätten auf anderen Raketen im Silofeld übergreifen können, taten es aber nicht. Bei einem Trainingslauf im Vorfeld des Panzerbiatlons 2015, der zum dritten Mal in Russland stattfindet, konnte eine kuwaitische Besatzung eines T-72 nicht mit dem Schwung umgehen und schickte ihren Stahlkoloss in einen unkontrollierbaren Drift, der in einem spektakulären Flip endete, der auf Video festgehalten wurde. Bei den Vorbereitungen für ein atemberaubendes Spektakel beim internationalen Wettbewerb in Russland, drückten die kuwaitischen Soldaten vor einer scharfen Kurve etwas zu stark auf die Beschleunigung ihres 41 Tonnen schweren Panzerriesen. Beim Versuch, die Maschine seitlich abzudriften, schickten sie den Panzer zur Überraschung der Zuschauer in die Luft und rollten die Maschine auf die Seite, bevor sie reglos liegen blieb. Die Besatzung des Panzers überlebte gesund und munter und erlitt nur einige Prellungen. Merkava Merkava-Panzer kippt um, während er auf einen LKW geladen wird. Als der Fahrer beginnt, den Panzer bergauf auf den fahrenden LKW zu schieben, kann man sehen, wie das Fahrzeug wild beschleunigt, bevor es auf den Kopf kippt und fast den Kommandanten überfährt, der versucht hatte, den Fahrer auf den LKW zu lotsen. Während der ersten Untersuchung sagte der Fahrer, dass das Gaspedal des Tanks stecken geblieben war, was dazu führte, dass der Tank so schnell beschleunigte und schließlich umkippte. T-34 Ein alter russischer Panzer, der eine Militärparade im Westen Russland angeführt hatte, wurde gerade auf einen Anhänger geladen, als er peinlicherweise von der Pritsche rollte. Der Panzerfahrer blieb unverletzt. Augenzeugen des Vorfalls berichten, dass nach dem Coup Kraftstoff aus dem Tank zu fließen begann. Die am Einsatzort eingetroffene Reparatureinheit lud den Tank umgehend auf den Anhänger, woraufhin er an die Einsatzstelle geliefert wurde. Parade in Frankreich Zwei französische Polizeimotorräder sind während einer Demonstration vor Präsident Emmanuel Macron und anderen Gästen bei einer grandiosen Pariser Parade zur Feier des Bastille-Tags verunglückt. Die Motorradfahrer waren Teil einer Gruppe, die am Samstag auf dem Place de la Concorde im Zentrum von Paris im Rahmen einer sorgfältig choreografierten Performance Muster nachzeichnete. Nachdem sie kurz auf dem Kopfstein gepflasterten Platz gestürzt waren, stellten die Motorradfahrer die Fahrzeuge unter dem Applaus von Macron und der Menge wieder auf. Später in der Zeremonie gab es eine scheinbare Störung im farbigen Rauch, der von Kampfflugzeugen versprüht wurde. Danach war die französische Flagge am Himmel kaum noch zu erkennen. M1 Abrams Ein M1 A2 Abrams Kampfpanzer der US Army hat während einer Trainingsübung in Fort Bliss versehentlich auf einen anderen Panzer geschossen. Einige Quellen berichten, dass einer der Abrams-Panzer einen anderen Panzer des eigenen Kavallerie-Regiments aus einer Entfernung von 2600 Metern traf. Ein Soldat wurde bei einem Unfall verletzt, als die Mehrzweckübungspatrone M1002 sein Panzer traf. Die Besatzung des Panzers reagierte schnell und leistete Hilfe. Fallschirmspringer Sie alle haben gesehen, wie der Luftlandeangriff abgeworfen wird. Die Soldaten machen nacheinander Sprünge aus dem Flugzeug und der Fallschirm öffnet sich nach dem Absprung automatisch. Haben Sie sich auch schon einmal gewundert, dass so viele Fallschirme durcheinander geraten können? Zum Beispiel in diesem Video. Es gibt einen üblichen Truppenabwurf, aber dann passiert das, worüber wir gesprochen haben. Mehrere Fallschirme stoßen aneinander und verheddern sich. Und es können sogar mehr als ein oder sogar zwei solche Fälle pro Flug auftreten. Zum Beispiel fliegt der Fallschirm eines der Fallschirmjäger in einen anderen, deckt ihn ab und dann fliegen die Soldaten gemeinsam mit nur einem Fallschirm. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Admiral Vinogradov Am 7. Juni 2019 ging das russische Kriegsschiff Admiral Vinogradov längsseits der USS Cancel Oswil, was viele als aggressives und feindliches Manöver bezeichneten. Die US Navy hat nun einen Clip veröffentlicht, der von einem Matrosen gefilmt wurde, der sich während der Begegnung an Bord der Cancel Oswil befand. Der Sprecher der 7. US Flotte, Commander Clayton Doss sagte, dass ein russischer Zerstörer bis auf 50 bis 100 Fuß an die USS Cancel Oswil herankam und die Sicherheit der Besatzung und des Schiffes gefährdete. Ein Überwachungsfoto zeigt den russischen Marinezerstörer bei einem Manöver, das die US Marine als unsicheres Manöver gegen den Lenkwaffenkreuzer USS Cancel Oswil der Taycan DeRoga-Klasse bezeichnet. Trieste Der Stapellauf des Mehrzweck-Amphibienfahrzeugs LHD Trieste fand am 25. Mai auf der Finca Thierry Werft in Castellamare di Stabia in Anwesenheit des Präsidenten der Italienischen Republik Sergio Matadella statt. Beim Stapellauf dieses Schiffes gab es auch einige Kuriositäten. Es zog hinter sich die liegenden Ketten, die das Schiff halten sollte. Die Ketten erzeugten eine riesige Staubwolke, die offensichtlich nicht für ein so bedeutendes Ereignis vorgesehen war, denn die ersten Personen des Landes waren dabei. UH-60 Black Hawk Am 29. November 2006 stürzte die Black Hawk 221 auf das Deck der HMAS Canimbla und fiel dann ins Meer. Neun ADF-Mitglieder wurden aus den Gewässern geborgen. Der Hubschrauber war in Bereitschaft, um Australier im Falle eines Militärputsches aus Fiji zu evakuieren. Kunisaki Das japanische Kriegsschiff JS Kunisaki kollidierte mit dem Portside Wharf in Brisbane, als es versuchte anzudocken. Es gab keine Verletzungen der Besatzung an Bord oder der Zuschauer, aber das Schiff wurde sichtbar beschädigt. Videoaufnahmen aus der Zeit des Vorfalls zeigen, wie das 178 Meter lange Schiff sein Heck nach rechts herum und direkt in den Kai schwenkt, wodurch die umliegenden Objekte erschüttert werden. Die Ursache für den Vorfall ist noch nicht geklärt, obwohl lokale Medien schlechtes Urteilsvermögen als Hauptursache angeben. Das ist alles Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreib in die Kommentare, welcher Fall dich am meisten überrascht hat. Klick auch auf den Gefällt mir Button und abonniere unseren Kanal, damit du keine neuen interessanten Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020